Hallo und herzlich willkommen liebe Leute hier zu The Walking Dead Michonne. Wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 3 und zwar haben wir in den letzten, obwohl jetzt brauche ich euch jetzt glaube ich gar nicht alles erzählen, weil ich glaube wir kriegen eh nochmal so ein Ding, was alles passiert ist. Deswegen legen wir direkt los. Folge starten. Go! Zuvor bei The Walking Dead Michonne. Randall should be the one laying there, not your brother. I'm not leaving you behind. You start butchering their people and our chances of making it out of here. Any of us, go down to zero. They had some supplies just sitting out and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michonne, what is it? What? What? No! We're still going to get out. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich hoffe, dass du nicht überraschst, denn wenn du so machst, muss ich nach dir kommen. Ich freue mich auf das. Das Wasser wird ein Eisbath sein. Wirklich? Du gehst nach mir? Du bist einer von uns jetzt. Und ich kann nicht sein, dass ich die einzige Schmerzen hier sein kann. Ich bin hier. Friesen meine Arsch. Hier, ein Koffer wird dich warm. Geh auf. Geh auf. Goddamn, Oak. Du kannst es koffer wenn es mehr als halbier ist. Du klingt wie meine Ex-Winze. Sie war eher eine Rum-Girl. Hey, City! Did you hear the one about the kittens who took over the boat? What? Oh, no! Virto, no! It was a mutiny! Virto, just stop it now, okay? I'm warning you. I despised a lot of them when I first got on board. But they grow on you. Like, mold they are. Nah, sorry, that's shit, isn't it? They're growing on me, too. Kinda nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. But then a young girl got taken. We followed her trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. All ten of us went in. Only I came out. Why'd you go after her? Because back then I still thought I could make a difference. After my brother. I just want to make it through another day. A few weeks later I came across Pete. A ways up the coast. He saw that look on my face and he offered me a job. Didn't ask any questions. Didn't turn me away. Just welcomed me in. Pete's a good goddamn egg in a rotten world. I don't always get Pete, but I'm glad people like him still exist. I'll drink to that. Well, I think Berto's little routine is winding down so we can finally play cards. Care to join us? It'd be nice to have you there. Besides, none of us can remember the rules. We can do it. So, it'd be the most unique game of Go Fish you've ever played. Yeah. Do me in. Sounds like a challenge. You might regret it when I win that Machete of yours. Man, I will jetzt endlich was sagen dürfen. Oh. Are you sure you want to do this? I need to see him. I need to see that bastard's face. Oh, God. He's dead. I should've stopped you. How could you do this? It's been a light beam, er hat bekommen was er verdient. Er hat von meinen Kindern gesprochen. Ich nehm das. Du bist kein Killer, ich hätte dich nicht aufhalten sollen. Sam, calm down. My dad isn't even in the fucking ground yet and you want me to calm down?! I didn't mean he ruined everything. He killed... I know, I know. You don't know. Wait, you hear that? Uh oh. Ich werde rangehen. Was willst du? Oh Gott, jetzt kommt's. You might be sitting pretty thinking you have the upper hand, but your luck has changed. Michonne and Sadiq. They got the rest of the crew too, Oak and Berto. But whatever this bitch asks, don't... Sadiq! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der lebt doch noch, der bewegt seinen Kopf. Was ist das? Äh... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Hallo, Bild? Bild! Bild! Das Bild hat sich auf... Oh, deswegen bewegt er sich, weil er sich verwandelt Kann man daraus irgendwie noch was machen? Weil er sich bewegt, wie ein Zombie Dass man die vielleicht täuschen kann oder so So Leute, ihr werdet jetzt hier im Intro nichts hören Denn ich musste die Musik aus urheberrechtlichen Gründen ausmachen Deswegen nutze ich diese Chance jetzt schon mal Und begrüße euch nochmal ganz herzlich zu The Walking Dead Michonne Wie wir es hier gerade nochmal ganz schön sehen Das letzte Mal, als wir gespielt haben Ihr habt es ja jetzt im Vorspann gesehen gehabt Haben wir uns dazu entschieden gehabt, diesen Wichser zu töten Denn, was Michonne jetzt nicht erwähnt hat Er hat damit gedroht, noch andere zu töten Und auch irgendwelche Kinder noch zu töten, wenn er die in die Hände Ah, genau, dieses Mädchen mit den schwarzen Haaren Die jetzt den Typ da nochmal gekickt hat In die Rippen, die hat ja noch zwei kleine Brüder Und dieser Typ hat gesagt Sobald er freikommt, wird er diese Kinder töten Also tötet sie ihn jetzt besser Oder wie auch immer Deswegen habe ich mich dazu entschieden Dass wir ihn einfach killen Ich meine, wir hätten das vielleicht ein bisschen Auf eine bessere Art machen können Als ihm jetzt mit einer Schraubzwinge Äh, den Kopf einzuschlagen Weil das gibt einfach viel zu viel Sauerei Und die Spuren sind zu offensichtlich Aber wenn wir ihm eine Kopfbedeckung vielleicht drauf tun oder sowas Naja, wie auch immer Episode 3, was wir verdienen Entschuldigung, dass ich so viel gelabert habe Jawohl, sie machen es richtig Hoffentlich klappt das Es muss dich lange halten Die Tasche hilft ein wenig Wir müssen es ausprobieren Okay Okay Sie scheint nicht gut drauf zu sein Verständlicherweise Ihr Vater wurde gerade getötet So einfach wird es nicht sein Sam kommt zurück Wo gehst du hin Geht sie nur in die Küche, oder? Oh, sie will ihren Vater begraben Was machst du da? Du wirst dir wehtun Ja, dann begraben wir ihn Ist der jetzt eigentlich richtig tot Oder der Verwandte der ist nicht noch Obwohl ihm ihr an den Kopf geschossen wurde Mein Vater und ich mussten sie sie hier Nur die zwei von uns Er will sie mit ihr Das ist alles, was ich ihm geben kann Ich verstehe Du solltest sie mit deinem Mutter Aber wir können nicht auf das jetzt Wir müssen uns bereit sein Ich bin nicht Was? Sam, du kannst immer noch nicht denken Meine Mutter ist hier, Paige Alles, was ich von ihr habe Und Greg Wenn du siehst, gehst du zuerst Aber ich komme nicht mit dir Bäm Das ist mal eine Ansage Ich kann es ja verstehen Wie wird es euch gehen? Oh Gott, bin ich erschrocken Jetzt werden wir auch rausfinden Was mit ihren Du kannst nicht hierbleiben Hat es noch gekriegt? Die hat es nicht mehr gekriegt Nein Das war zu schnell Hilf Sam Halte Sam auf Halte Sam auf Sam, stopp Please Genau Das ist die richtige Einstellung Beschütze deine Brüder Hoffentlich macht er keine Stöhngeräusche oder sowas Oh Gott Hört auf immer mit diesen Flashbacks, Mann Ähm James Ansprechen Gehen wir doch direkt zu ihm hin Was macht der da? Der ist zu klein für sowas, ne? Ich wollte nur wissen, was es so fühlt Ich wollte es nicht schreiten Ich würde es nicht schreiten Ich würde nur... Und? Wie fühlt es sich? Es ist schwer Zeig ihm wie es geht Oh Gott, so wie mit Lee und Clementine damals Ich würde es ihm auch beibringen im echten Leben Deswegen mache ich das jetzt Dass die auch wissen, wie es funktioniert Einfach, um sich selber verteidigen zu können Es ist okay, Angst zu haben Das ist gut Sie ist zäh, ich werde sie beschützen. Das beruhigt ihn. Gib Sam diese Waffe. Scheiße, ich hätte ihn bewaffnen sollen. Aber er weiß ja noch nicht mal, wie es funktioniert. Ah! Hä? War das jetzt gerade unabsichtlich? Sorge dafür, dass Pete und Paige bewaffnet sind. Waffe geben. Oh, ich soll ihn ansprechen. Machen wir es. Ganz genau. Das bist du nicht. Du klingst wie ich. Vielleicht war es das nicht wert. Du klingst wie ich. Jetzt gucken wir, was wir machen können. Wir kämpfen, wir verhandeln. Haben wir auch. Wir müssen kämpfen. Pete, ob du es hören möchtest oder nicht. Ich vertraue dir. So, Leute. Ah, jetzt höre ich meine Kinder wieder. Können die mal ihre Fresse halten? Klar, wo werden sie das anziehen? So, wir müssen... Und? Hört man was? Nothing. Okay. Egal. Oh, oh. Was war das jetzt gerade? Ich habe ihr die Munition nicht gegeben. Ich dachte, dazu ist noch Zeit. Ich habe ihr die Munition nicht gegeben. Ach so, ich verstehe. Bin ich blöd. Ich habe, ähm, die Musik abgestellt und sie hatte da gerade so eine komische Eingebung oder sowas. Oh, ihre Kinder. Oh. Oh. Ähm. Und jetzt habe ich nur alle gesehen. Boah Gott, bin ich erschrocken, ey. Aber sie scheint draußen zu sein. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal alles angucken. Vielleicht geht es erst los, wenn ich ihr das gegeben habe. Oder? Was passiert jetzt? Die Kinder. Geh hin! Hallo, Flur! Ich kann euch nicht erreichen. Hier drüben. Kommt zurück. Hier. Over here. Kommt. Ja, dann seid ihr selber schuld, ihr scheiß. Missratenen Rotzbäger. Wenn ihr nicht zur Mama kommt, wenn die euch ruft. Ach je. Ach Gott. Oh man, der Arme. Alles okay. Das ist aber schöne Musik. Du solltest dich nicht verstecken. War dieser Raum eine Idee von deinem Dad? Ist das dein Vater's Idee? Ja. Mein Vater macht sicher, dass ich immer safe bin. So nichts kann passieren. Ever. Especially nicht diese... Dinge. Ich weiß, was diese Monster da sind. One to go. Grandma hat mir gesagt, dass sie es passiert. Es ist, was passiert, wenn jemand... ...eats eine andere Person. Oh? I hadn't heard that one before. Do they scare you too? To make lots of noise. Even at night. Ja, die machen mir auch Angst. I'll tell you a secret. They scare me too sometimes. Really? But my dad's not scared of them. I've been waiting for him. Where is he? Oh shit, der weiß noch gar nicht. I can't even get me yet. Where is my dad? Er kann jetzt nicht zu dir kommen. He can't come right now. I want to be here. For my dad. Alex. I want my dad. I just... I want my dad. I want Greg back. I want everything to go back to the way it was. Oh God. Daddy. I'm sorry. I'm sorry I couldn't bring your brother home. When Greg... When he... Did he become one of them? It's what happens. Right? No, no. Don't think about things like that. We just need to keep going. That's all we have to do. The rest doesn't matter. Is that what's gonna happen to me? Am I gonna die? And change into one too? Ich fürchte ja. Boah, that is mies. Very, very long time. Thanks. Two and three checked in. Coming up on the road now. Hey, keep the chatter to a minimum. Our friends are listening. Muss jetzt da drin? Will sie das jetzt da drin? Thanks for letting me see your fortress. So, der ist noch da drin. Die Musik hören wir jetzt komischerweise plötzlich. Alles klar. Ähm, gepaged die Muniz... Oh! Da hinten! Boah, bin ich erschrocken! Diese Scheiß... Oh, dieses Scheiß, Kinder! Oh! Ist das Paige? Paige, Munizion geben. Die will abhauen. Oh, hey. Ich hörte nicht, dass du in die kamen hast. Hier. Die will abhauen. Ansprechen. War du able to talk some sense into her? Or do you still think digging a hole is a good use of Sam's time? I've never seen her like this. She's... She's not thinking. Sam wants to defend the house. She wants to fight. You're kidding. Norma's got more people, more guns. There's no way we'd win in that fight. I don't know why Sam thinks she can protect her brothers here. Das ist nicht der Grund, warum du weg bist. Du kannst Anne und James und Alex nicht verlassen. Dann merkt ihr das. Wow, wow. Du wirst sowas von sterben. Alle in diesem Spiel, die sowas Selbstsüchtiges sagen, sterben. Okay, jetzt kommt bestimmt gleich wieder die Kinder. Irgendein Scheiß. Die Kinder sind doch hier irgendwo hingerannt, oder? Oh! Was ist hier drin? Okay, jetzt gar nichts. Wir gehen wieder raus. Wo sind die Kinder? Wir kriegen doch bestimmt gleich nochmal... Also sie ist eigentlich Anwältin in Wirklichkeit, krass. Was haben wir denn hier? Ich habe gerade Stadtskommode Kondome gelesen, ey. Oh Mann. Was ist denn da drin? John, take care of our children and take care of yourself. Der Abschiedsbrief. Der Abschiedsbrief von Johns Frau. Ich lese es weiter. Ist doch jetzt eh egal. Was? Ich weiß, dass das nicht hilft oder erklärt nichts, aber es ist wahr. Ich kann nicht zuhören, dass du und die Kinder zuhörst. Knowing was wird mir passieren. Und was ich werde. Better to spare you that pain. Oh Mann. Sophie. Sophie. Oh, jetzt werden wir wieder ihre blöden zwei Töchter... Mann! Ich hasse es! Ich hasse es! Sind sie jetzt da reingerannt? Da waren wir. Was war denn hier? So, hier war der Junge drin. Okay, ich dachte es mir schon. Sie will in Ruhe lassen. Okay. Wir gehen wieder. Oh, da geht es hier noch weiter zu diesen bescheuerten Kindern, ey. Ich geh jetzt einfach runter. Ich hab alles getan. Geh runter. Achso. Runter gehen. Leute, ich glaube jetzt wird es gleich richtig. Ernst. Ich hoffe, ihr seid bereit. Oh, hey. Ich schaue Alex. Habt ihr ihn gesehen? Ich will ihn da sein, wenn ich ein paar Worte für den Vater sage. Ich hab ja nichts von John erzählt. Ich hab ja nichts von John erzählt. Alex fragte über seinen Vater. Ich wusste nicht, was ihm zu erzählen. Ich, äh... Ich geh mit ihm sprechen. Du findest ihn in seinem Fortress. Ich... Ich wünsche, dass er ihn nicht so gesehen hat. Shit, ich musste ihn begra... Ich hab... Ich hab mir nicht beim Graben geholfen. Hä? Ihre Tasche war plötzlich weg. Habt ihr das gesehen? Bup! Abonniert ihn, was ihr? Bist du? Ja. Bist du? Oh je. Ja, dann mach das Ding doch fest irgendwie, man. Sag, was sie dir bedeutet haben. Mir geht's gut, ich mache mir Sorgen um die Crew. Sag's einfach, nee, mir geht's gut. Ich würde es auch nicht sagen, in echt. Normale existiert nicht mehr. Ja, es würde sie nicht am Leben halten. Scheiße, war das jetzt nicht schlau? Oh, schau an, wer doch geblieben ist. Oh oh. Oh Gott, der Arme. Wir werden euch beschützen. Genau. Ja. 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 Bist du sicher? Gut, okay. Okay. Geblieben. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Los geht's. Los geht's. Der darf diese Geräusche nicht machen. Halte die Augen offen. Oh Gott, ich heiz nicht aus. Jetzt stehen sie da bestimmt gar nicht mehr. Ich trau mich nicht. Okay. Okay, Robby. Alles gut. Ich trau mich nicht.